Ich hoffe, das ist eine Hübsche und nicht eine Hässliche. Sämtliche Personen in diesem Video sind unwissend, abgesehen von Tebu und Leila Ladari. Entschuldigung, darf ich noch etwas fragen? Ich habe ein Date und ich weiss nicht, was sie sagen und wir reden mit der Frau. Haben Sie einen Tipp? Ja, ich habe ein Date. Das ist ein Date, ja? Ja, mit Sandra. Sie hat gesagt, sie kommt jetzt. Jetzt ist sie schon etwas spät. Wie finden Sie mein Outfit? Ja, es geht so. Mit wem hat sie denn ein Date? Sandra heisst sie. Ah, mit der Sandra? Ja, ja. Gehen Sie in den Dates? Nein, wieso ist das? Oh, ist das eine Wanderlook? Oh, sonst... Du musst spontan sein, das kommt von selber. Okay, gut. Aber frisst das einfach ein bisschen Interesse heucheln. Also nicht heucheln. Einfach Interesse zu heucheln. Ja, ja, oi, oi. Hier ist auch ein bisschen heucheln. Hey! Hey! Oh, bist du Sandra? Bist du der Tebu? Ja, aber du gefällst mir jetzt nicht... Oh, das... Was? Wie kann ich jetzt heucheln? Nein, das ist fast. Aber sie gefällt mir nicht. Hallo! Ist das dein Velo? Was Velo? Was Velo? Was Velo? Ich komme, warte doch nicht. Hä? 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 Warte doch auf mich! Ich bin jetzt der Tebu! Hä? Warte doch auf mich! Nein! Also, Andi rufen. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich weiss, dass du auf die warten willst. Hör auf! Sandra? Hallo! Hallo! Ja, du siehst aber nicht so aus wie auf den Bildern. Hä? Ja, ja. Ja, ich würde sagen, das geht, oder? Wo habt ihr euch Kinder? Wir haben ja sonst ein bisschen hier. Kinder? Wir haben Kinder, ja. Sie haben mich angeholt und haben gesagt, wie machst du das mit den Frauen? Aha! Hast du ihnen geholfen? Ja, da hast du auch geholfen. Ja, da hast du auch geholfen. Aber jetzt weisst du, ja, ein paar Tipps. Danke. Hast du die Kinder noch da? Sollen wir gehen? Ja. Ja. So, gut. Ciao. Excuse, Entschuldigung. Ja, ein Date mit einer jungen Dame, und ich weiss nicht, was schwecken. Okay. Hast du einen Tipp, oder? Ich weiss nicht. Wie schön, dass es jetzt nicht heute ist. So, das Wetter? Genau, so ist es. So, oh, heute scheint die Sonne. So, meistens ist es so, wenn man dann kein Thema hat, dann redet man einfach über das Wetter. Ja, genau. Ich hoffe, dass es läuft. Ich hoffe, dass es schön ist. Hallo! Hallo! Entschuldigung, ich bin Sandra. Hallo! Hallo! Das ist der Döbu. Das ist der Döbu. Nein, das ist der Döbu. Hallo Döbu. Hallo Döbu. Hallo Döbu. Hallo Döbu. Nein, 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 nein. Das ist ... Hallo. Du siehst etwas anders aus als auf dem Foto. Aber es ist auch eine Ahnung. Nein, nein. Das ist der Junge da. Sandra, das ist mein Kiki. Du musst mir das nicht nehmen. Ja. Ja. Sandra, ich bin da. Ja. Ich bin da. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017